Ich glaube, dass der Platz die Musik beeinflusst und Venedig ist eine absolut gigantisch unnormale Stadt. Hier gibt es keine Autos, hier gibt es nur Wasserwege und unsere Band hat ja schon immer eine ziemlich gute Verbindung zu Wasser gehabt. Wenn du dich mit Wasser umgibst, tauchen andere Leute auf und tauchen Kapitäne auf und Piraten und Ratten und die alle, das ist nicht wie in einer normalen Stadt. Die Musik, die wir machen, ist intensiv und emotional und darum ist sie beeinflusst von Menschen, die intensiv und emotional gelebt haben. Ich glaube, Casanova war auch so einer, der hat das einfach gefeiert, das Dasein. Ich glaube, das ist irgendwas, was auch in mir wohnt. Wo wir heute Nacht durch Venedig gefahren sind, habe ich mich auch so gefühlt, als wenn wir uns irgendwie rumschleichen und du immer versucht hast, von irgendwas wegzukommen. Und ich denke, deswegen sind wir auch hier, weil das hier gefühlt werden muss. Das ist eine Romantik einfach nicht zu übertreffen. Das ist ja, jedes Haus hat 84.000 Schnörgeln dran und dann nochmal was oben drauf und dann kam da oben noch eine Figur drauf. Und hier wurde das Leben bis in den letzten Winkel ausgezuckert. Es geht, glaube ich, nur um die Liebe in dem ganzen Leben. Also wenn du mal alles zusammenrechnest, was jetzt ich in den 50 Jahren erlebt habe, und davon kann ich ja nur ausgehen, kann ich nur davon ausgehen, was ich erlebt habe, kommt es eigentlich immer wieder darauf an, dass du irgendwie gerne gemocht werden möchtest, geliebt werden möchtest und auch irgendwie lieben möchtest. Vorne bekamen Not, Bilder bekamen Rahmen, Bilder bekamen Formen, und die Reichen kamen wieder ab und nichts war mehr für alle. Insgesamt, glaube ich, geht es nicht ums Geld und nicht um den Status. Selbst beim Status geht es schon wieder um die Liebe, weil du irgendwas darstellen willst, damit du geliebt wirst. Das ist, glaube ich, das, wo sich die Menschen oft so ein kleines bisschen drinnen verrannt haben, dass die verschiedene Positionen in ihrem Leben einnehmen wollen, um geliebt zu werden, machen aber irgendwie alles falsch. Das ist, man sollte das einfach so aus sich raus leben und dann seine eigene Persönlichkeit so weit korrigieren, bis man sie selber mag, und dann klappt das, glaube ich, mit der Liebe. Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich. Das hat uns natürlich wunderbar fühlen lassen als Band, und dass du von deinen Fans so einen Rückenwind kriegst irgendwie. Dass die Leute in diesen finanziell auch harten Zeiten sagen, die paar Euros, die wir haben, die geben wir jetzt euch. Und das hat uns geehrt und das hat natürlich uns aber auch unheimlich inspiriert, jetzt da wirklich eine Qualität abzuliefern, die dich dann auch gut fühlen lässt, die dich dann, wo du sagst, hey, da habe ich mitgeholfen, das hat richtig gefruchtet. Und jetzt ist das so geworden, das hat alles sehr berührt, glaube ich, auch die Band selbst. Das ist, 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 glaube ich. Das ist, glaube ich. Das ist, glaube ich. Das ist, glaube ich.